Also meistens waren die Treffen über Zoom, weil der Autor in Berlin wohnt und wir auch dann irgendwie viel unterwegs waren immer mal wieder und genau deswegen haben wir einfach über Zoom Treffen ausgemacht und uns ein paar Stunden zusammengesetzt und einfach über den Text geredet. Und im Nachhinein denke ich so, man hätte schon irgendwie sich Methoden überlegen können oder noch so ein bisschen systematisch herangehen können. Aber die meiste Zeit haben wir eigentlich zusammen gelesen und dann drüber geredet, was wir nicht verstehen, was wir irgendwie besonders toll finden, wo wir vielleicht noch Widerstände spüren, was wir uns so vorstellen können darunter. Und das war immer sehr produktiv. Tatsächlich Wein trinken, um so eine Grundbasis zu schaffen, ist auf jeden Fall sehr, sehr gut. Fanden wir das engere Team halt. Aber gerade so, wenn man jetzt einfach auf die Arbeit geht oder so einen Probenprozess. Ich habe da einfach so ein paar Punkte, die ich immer mache am Anfang des Tages oder schon nur beim ersten Treffen. Ich kam rein und sagte, hey, ich habe mir das für den Tag überlegt. Passt euch das? Und frage aktiv nach, wann wollt ihr denn eine Mittagspause machen, weil dann kommt man schon zum ersten Mal so ins Gespräch? Und das erste Mal, dass ich wirklich eigentlich alle gesehen habe, war tatsächlich erst im Endprobenprozess. Immer wegen Covid. Beim Probenstart waren beide Schauspieler krank. Da habe ich dann erst die Dramaturgin live kennengelernt. Und das war alles so ein bisschen, wir hatten nicht so einen Kick-Off, jetzt sind wir mal alle da, weil es immer irgendwie was dazwischen gekommen ist. Also ich frage immer wieder so, hey, ich habe mir das und das überlegt. Also ich bereite mich sehr intensiv auf die Proben vor. Ich habe immer einen genauen Plan, der aber Lehrräume oder Freiräume drin bietet. Aber es gab ein paar Momente, wo Schauspieler gesagt haben, so ey, das und das ist mir unklar. Und ich war so, okay, dann nehmen wir uns morgen von dann bis dann Zeit und dann klären wir einfach nur das. Und ich glaube, das hat ihnen sehr geholfen. Dann musste ich auch nicht meinen Plan, den ich für den Tag hatte, umwerfen, aber konnte am nächsten Tag dann so direkt drauf eingehen und mir einfach wirklich so Zeit dafür nehmen. Man muss sich halt einfach Zeit nehmen. Und dann schließlich, als die zwei Schauspielerinnen dazugekommen sind, sind auch noch mal ganz andere Impulse dazugekommen. Also ich war total überrascht von der ersten Probe. Da haben wir dann auch den Text gemeinsam gelesen und dann drüber gesprochen und die hatten einfach ganz andere Fragen als wir. Und das war echt toll, noch mal ganz anders auch dann drüber nachzudenken. Also wenn ich das zum ersten Mal so gelesen höre, ich bin dann immer sehr fasziniert davon. Ich fühle mich dann immer wie so ein kleines Kind. Ich finde Leseproben was extrem Schönes, weil ich kriege dann unglaublich viele Ideen. Ich kann schon mal denken, so okay, das funktioniert eigentlich ganz gut, aber das irgendwie halt auch nicht so. Dann gibt es so Sätze, wo ich dann merke, die sind geschrieben schön, aber wenn ich die höre, dann stolper ich drüber und das reißt mich raus. Es reißt mich aus dem Flow raus, aus dem Ganzen. Und nach der Lesepro, ich streiche dann nicht direkt, sondern erst, ich will es dann trotzdem einmal szenisch probieren. Aber ich kriege dann halt schon direkt Ideen so, okay, wenn man das so sagt, okay, das könnte die Haltung dahinter sein. Man stolpert über Dinge, möchte das dann rausstreichen und denkt sich so, ah nee, lass uns das mal von Aaron gelesen hören. Vielleicht passt das besser. Oder was für Bilder übrigen sich oder ergeben sich, wenn man jetzt die Rolle mit diesen und diesen Personen besetzt? Was gibt es da für schöne Momente? Genau. Also es macht mir einfach mega Spaß. Ich fühle mich so richtig so, oh geil. Also den Text von den Schauspielerinnen zu hören war noch mal, ich konnte mir das einfach stärker vorstellen, wie die Rollen sein könnten. Also ich muss sagen, ich glaube deswegen ist es auch gut, dass ich Dramaturgin und nicht Regisseurin bin, weil die Vorstellungskraft eher immer noch auf so einer Metaebene ist. Und ich bin da irgendwie immer sehr nah am Text und kann mir oft dann gar nicht so direkt, ich habe da nicht direkt ein Bild vor Augen, so sieht die Bühne aus, so sind die Figuren. Und das ist schon auch immer so eine Suche und auch ein Viel drüber sprechen und so abwägen. Und dann aber zwei Schauspielerinnen zu haben, die ja einfach einen Körper mitbringen und eine Stimme und die das dann erstmal in einer bestimmten Weise einfärben, macht auf jeden Fall was auf. Und dann kann man ja immer noch schauen, gefällt mir das oder können wir das irgendwie ändern? Wie, wie sind eigentlich diese Figuren? Und da haben wir dann auch zu fünft weiter überlegt, wie können die noch sein? Was können wir da vielleicht noch mit reingeben, dass es ein bisschen komplexer wird? Und das war sehr produktiv. Ja, ich glaube, das ist auch innerhalb von diesem Projekt hier, was ja auch immer noch irgendwie ein Uniprojekt und Werkstattprojekt ist, habe ich das auch so als Teil dessen wahrgenommen, dass die Texte daran auch noch wachsen dürfen. Und meiner ist halt nicht fertig. Das heißt, für mich war es auch von Anfang an klar, ich hole hier auch Eindrücke ein, was finden die interessant, was funktioniert auf der Bühne besonders gut und wo sind vielleicht Sachen, die jetzt die Regie oder die Dramaturgie auch rausgestrichen haben, wo ich gesagt habe, okay, das, wo ich es gestrichen sehe, finde ich es auch tighter. Oder auch, okay, da ist was gestrichen worden, darum finde ich es schade, weil ich glaube, das würde ich eher lieber drin behalten. Also das ruckelt sich so ein bisschen zurecht. Das heißt, ich werde auf jeden Fall viele Eindrücke, bewusst oder unbewusst, die ich jetzt hier gesammelt habe, auch verarbeiten, wenn ich den Text weiter bearbeite. Also das ruckelt sich so ein bisschen zurecht.